Heute ist es soweit. Wir lösen das MiBook Air Gewinnspiel auf. Vor gut einem Monat haben wir das MiBook Air als Preis bei einem Gewinnspiel angeboten. Zeit, dass ich die Gewinnerin freuen darf. Naja, hm. Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Die Größe passt. Na, meine Güte. Wie kriege ich das Ding? Hey, das sieht doch schon mal. Klack. Huch, was ist denn das hier? Naja, ein bisschen liebevoller hätten sie es ja schon verpacken können. Jetzt gibt es dann also das Notebook. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Moment, ich muss mal kurz weglegen, das geht so nicht. Hey, mein neues Notebook. Cool. Sogar schon mit den Stickern drauf. Klasse. Danke. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Wenn ihr wollt, dass wir wieder mal ein Gewinnspiel starten, abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench. 3 Marne fish